Und da sind wir wieder zu einer neuen Folge Minecraft, alles gerade am Stück aufgenommen, wir beobachten den wunderschönen Mond und unseren wunderschönen geilen Garten! Ha, und wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ha, meine Stimme, die übersteuert. Und ich muss mich entschuldigen dafür, dass man meinen Controller im Hintergrund so laut hört. Der, der, der ist halt leider nicht leise. So, verbrennen jetzt eigentlich ein paar Zombies, weil ich hab grad Zombies gehört, ich hoffe sie verbrennen. Ich hab bis jetzt gar nicht so viele Fischer gesehen. Zum Glück, ey, aber ich hab mich bisher auch noch nix getraut, wo wir auch Fischer sehen könnten, daher... Eja! Und was wollten wir machen? Genau! Ich wollte mir Schokobohnen holen. Die holen wir uns jetzt nämlich auch. Ich tu jetzt erstmal ne Menge hier rein. Die nehme ich jetzt auf Expedition. Wir könnten uns auch ein Pferd holen. Sollen wir uns ein Pferd zwischen... Ah, ja, das wollten wir später manchmal. So, was mach ich, wenn ich hier einen Pferdestall habe? Ähm... Ich würde halt Eisen... Gold... Ich würde echt gern jetzt ein Pferd haben. Mit dem Pferd dahin reiten. Das wäre jetzt richtig chillig. Aber wir können mit dem Pferd eh nicht durchs Wasser. Daher. So. Ähm... Wo war... Hier war doch irgendwo Essen drin. Hä? Hatte ich hier kein Essen drin? Ah, doch. Da. Das ist schon fertig. So. Ähm... Ich brauche die Honig. Da bin ich fast kaputt. Ich nehme die einfach nochmal mit. Und dann machen wir nochmal was. So. Und dann geht's jetzt auch los auf unsere abenteuerliche Reise. In den Schokowald. Okay, das ist kein Schokowald. Es ist... Es ist ein... Ähm... Es ist ein... Es ist ein... Es ist ein... Dschungel. Boah, ich dachte... What the fuck. Was ist das für ein langer Baum da drüben? Es ist ein Dschungel. Aber im Dschungel findet man tropische Früchte. Wie zum Beispiel. Okay. Ich glaube Schokobohnen sind keine tropische Frucht. Oder allgemein keine Frucht. Aber sie wachsen halt so im tropischen. Oder... Beziehungsweise in Minecraft ist es so, dass hier auch an solchen Bäumen wachsen. Und wir sehen schon welche... Oh! Ist das Lehm? Ne, das ist Stein. Schade. Haha. Ich habe mich schon voll gefreut, dass das Lehm wäre. Und wir sehen schon Schokobohnen. Woooo! Schokobohnen! Oh, die ist noch gar nicht greif. Oh, die ist greif. Die ist fett. So. Und da haben wir... Kakaobohnen. Ah! Und ich zeige euch Schokobohnen. Ups. War nicht meine Absicht. So. Wir holen uns jetzt erstmal schön viele Schokobohnen. Kakaobohnen eigentlich. Die können wir dann weiterpflanzen. Und dann haben wir ganz viel Schokolade. Irgendwann... Oh! Ich habe Fliegen an. Ups! Das hatte ich... Ja stimmt. Das hatte ich noch an. Ähm... Weil ich musste ne... Ich musste... Es gab einen Chang bei mir, der rumgebackt hatte. Und da musste ich Fliegen anmachen, um den Chang laden zu können. Das war nämlich der Chang, wo ich gespawnt war. Aber... Das habe ich off-screen gemacht, weil ich keinen Bock hatte, euch damit abzufangen. Ähm... Wir bauen das Holz, aber wir brauchen das Holz, sonst können wir es ja nicht. Sonst können wir... Keine Schokobohnen anbauen. Das ist ein normales Holz. Ja... 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 Also... Den hier bauen wir noch ab. Dann hätten wir jetzt auf. Vier ist Erste. Ähm... Und dann haben wir erstmal unsere Kakaobohnen. Was eigentlich sogar cool ist. Wir könnten eigentlich, wenn wir schon auf Expedition sind... Ähm... Nach nem Tempel suchen. Und machen wir einen auf Indiana Jones. Indiana Jones? Okay, wir machen einen auf Indiana Jones, wenn schon. Indiana Jones ist zwar auch ein cooler Dude, aber... Ich finde Indiana Jones... Nein, Indiana Jones ist schon geiler. Als Indiana Jones. Also snacken wir uns jetzt erstmal was Chilliges. Und... Gucken einfach mal, ob wir hier vielleicht irgendwas sehen können an Anzeichen. Ob hier irgendwo so ein Tempel überhaupt ist. Ich glaube, ich sehe echt grad einen Tempel. Wirklich? Okay. Mh... Ich könnte mich auch irren. Ich glaube auch, dass ich mich irre. Ich glaube aber, ich sehe einen Tempel da drin. Aber wisst ihr was? Das machen wir ein anderem Mal, falls da ein Tempel ist. Dann habt ihr einen Grund mal wieder einzuschalten. Weil ihr denkt... Ich will auch mal wissen, ob da ein Minecraft Tempel ist. Allerdings habe ich keinen Bock... Oh mein Gott, ne Katze! Ne Katze! Oh, wir müssen uns Angeln bauen. Mit Angeln können wir nämlich ähm... Katzen... Äh, nicht Katzen, Fische angeln. Oh ja, wir machen uns ne Angel. Wir machen uns ne Angel. Und dann machen wir ne Angel-Mafia auf. Oh, das ist wirklich episch. Loll, was ist das? Ich habe Minecraft schon lange nicht mehr gezockt, aber... Loll! Ich... Es gibt Vögel! Es gibt Vögel! In Minecraft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie geil! Dude! Ich will dich mitnehmen! Wie kann ich dich mitnehmen? Dude! Ich... Kannst du... Oh mein Gott, das ist noch einer! Ihr seid doch putzig! Das ist noch einer! Und er flirtet mit nem Schaf! Hey! Ich bin dein Code-Pilot, okay? Hey! Äh... Siehst du den neben dir? Der hat ja schon... Äh, du weißt ja... Digi! Tut mir leid, die nehm ich! Ich war grad so ne behinderte Scheiße und keiner von euch kann mir folgen! Genau so war es geplant! Und wir haben Melonen bekommen! Auch geil! Nur eine leider gerade, aber die können wir weiter pflanzen! Melonen sind... Oh! Melonen sind richtig gut! Die... Wir können uns Melonen-Samen daraus machen, oder? Ja! Können wir! Boah! Die pflanzen! Wir machen uns den... Boah! Wir werden die heftigsten Vegetarier der Welt! Ja, eigentlich ja nicht! Ich mein... Fleisch ist so toll! Komm her! Alter! Komm her! Brav! So! Dann gehen wir jetzt einfach wieder zurück von unserer Expedition! Wir haben... Großen Gewinn gemacht! Wir haben eine neue Spezies auf dieser Wels gefunden! Die Vögel! Oder wahrscheinlich sind es Papageien gewesen eher! Aber... Ich mein, es gab viele Updates, seitdem ich mir gezockt habe! Das ist... Vögel gibt es mir neu! Das find ich schon geil! Ich... Frag mich, was es noch so alles neu gibt! So! Wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück in die Base! Und die Folge ist jetzt gleich auch wieder zu Ende! Und ich glaub das ist dann die letzte Folge für heute! Weil dann versuch ich erstmal alles zu rendern und den ganzen Scheiß zu bearbeiten! Und dann hab ich schön viel zum Hochladen! Ich glaub das hier ist grad schon die sechste oder siebte Folge! Ich hab keine Ahnung! Ihr seht es hier unten! Ähm... Ja und um die Vergrößerung dieses Garten kümmern wir uns dann... Nächste Folge! Schaltet ein! Wenn ihr wissen wollt, ob es einen Tempel in einem Wald gibt, im Dschungel und... Wie episch diese Bude hier noch ausgebaut wird! Und... Ob... Wir so einen Papagei einfangen können! Weil ich will das unbedingt machen! Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Minecraft und goodbye! Haut rein! Tschüss!